Servus Leute, der Gips ist ab hier an dem Arm und der ist auch fast wieder komplett beweglich. Also so ein bisschen geht es noch nicht und ganz gerade geht er auch noch nicht. Aber ansonsten kann ich wieder WASD drücken und alles. Das habe ich jetzt schon über das Wochenende ausprobiert. Und deswegen wird es heute mal wieder Zeit zu streamen. Den Nachmittags streamen lasse ich noch weg, weil ich zur Zeit lieber draußen in der Sonne sitze und Manga lese. Und da ich so ein verwahrloster Gamer bin, kriege ich nach drei Minuten Sonnenbrand. Also muss ich auch immer wieder in den Schatten gehen. Aber auf jeden Fall bin ich zur Zeit gerne draußen und habe heute auch einfach nicht so viel Lust zu streamen am Nachmittag, wohlgemerkt. Aber am Abend geht es weiter mit Metro2033, darauf freue ich mich mal wieder. Endlich mal wieder streamen. War ja jetzt eine ganz schön lange Zeit. Ich glaube es ist jetzt irgendwas bei vier Wochen her. Mal gucken, ob ich es noch kann. Also das ist dann die Ankündigung für heute. Endlich mal wieder seit sehr langer Zeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Und ich würde... Moment mal, wie war die Verabschiedung immer? Ach du Kacke. Irgendwas haut rein. Ich muss mal gucken. Ciao.